Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns heute albanische Musik an und dabei habe ich TK Official und Mehmet Productions. Genau, es ist unser zweites albanisches Lied heute. Wir hatten vorhin Budrin Ineri angeschaut, auf jeden Fall abchecken, war echt nice. Und jetzt Daffina, Sekiri, Wui Wui Wui. Wui Wui Wui. Haben wir uns den schon mal angeschaut? Ja, wir hatten mit Taina Bye Bye und zu dritt haben wir doch Ring Ring angeschaut mit Daffina. Wir lieben sie einfach. Die ist krass. Mach einfach an, mach einfach an. Okay. Daffina. Das sieht nice aus. Ich hab da unten nichts. Oh. Wow. Wow. Einfach in den Fenster rein. Wow. Sie hat so eine krasse Stimme. Ja. Ja. Ich finde das blaue passt. Das passt einfach zueinander mit dem. Oder ihre Haare und so. Und diese ganzen Tattoos und so. Das passt einfach alles miteinander. Ja. Ja. Die ganze Moves hier ist einfach cool. Die Autos sieht auch geil aus. Ja. Aber ich mag das Setting. Das Setting ist auch geil. Mit den Lichtern. Das ist voll geil. Also man merkt, sie ist im Mittelkopf. Ja. Aber ihr Aussehen ändert sich auch mit jedem Musikvideo. Ja. Das ist auch toll. Vielseitig irgendwie. Mit dem Licht ist auch so ein Lichtkegel. Vielleicht ist es verrückt oder vielleicht. Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr mehr weißt. Mal gucken, wie die jetzt rauskommt, ey. Mal gucken, wie die jetzt rauskommt, ey. Boah, geil, ey. Also ich würde mich das Reden voll krüber dann hören. Ja, bitte. Ach, wie geil. Boah, was sie da hat. Viel Schmuck und so alles. Mhm. Und ich soqué jetzt sowas. Ehe, nice. Bitter ganzen Rauch. Ja genau, dann diese ganzen Lichter die da so vorbeischwehen. Nice! Mit dem Nebel ist es auch sehr mysteriös gehalten, mit dem Lichter. Cool! Also definitiv super wie den. Ja oder? Ich liebe Daphina. Daphina ist echt nice. Ich liebe Daphina. Wir lieben dich. Wir sind uns einig, wir mochten sie nicht, wir lieben sie. Genau, falls ihr mehr Vorspiel gehabt, so andere Künstler, die wir auch unbedingt abchecken müssen, dann schreibt es gerne in den Kommentaren. Die machen heute noch einige albanische Musikreactions. Und auf jeden Fall abchecken. Auf jeden Fall abchecken. Und dann vergiss nicht zu liken, abonnieren, kommentieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.